hallo leute und willkommen bei einem let's weiß was ich was let's show let's play ich schätze mal das nennt man let's play kann ich mich auch nicht mit aus ist viel zu viel map of the dead runde 33 gleich da sind nur noch ein zwei übrig keine munition mehr generell für gar nichts irgendwie und deswegen versuche ich jetzt gerade irgendwie eine andere waffe zu kriegen die verdammt stark ist und versuche die dann abzugraden ich habe absolut alles gebaut ich habe 1461 kills und nur ein down darauf bin ich besonders stolz auch diese tod oh scheiße jetzt ist vorbei jetzt ist vorbei ich habe noch sieben schuss für die kacke ich bin tot ich bin tot für das gar nichts geil geil wird ja immer besser ich bin sowas von tot ich bin sowas von tot aber richtig krass ja ja doch nicht hier warum sind die draufgegangen die hätten mal überleben können die schnelle sammels ich habe mich noch was übrig gelassen wer bist ich falls ihr euch wundert warum zum hofer ich kann der mensch krieg ich habe ein schild das nimmt um 95 prozent alle angriffe irgendwie stand selbst wenn die sammels direkt vor mir sind fehler wir machen wir mal so so Oh, 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 oh. Ich glaube, das wird nichts mehr. Das kann man vergessen. Ja, das kann man sowas von vergessen. Wenn der Scheiß wenigstens aufhören würde. Damit ich abhauen kann. Weck her, weck her, weck her! Okay, we got a fuel can! Weck her, weck her, weck her, weck her, weck her! I reckon I'll make do with this. Okay, we got a fuel can! Wir packen das Ding wieder voll und hauen ab. Yeah, ich brauche nur drei Magazine. Unglaublich! Ich brauche noch ein bisschen mehr. Uncle Gell und hoffentlich kann er überhaupt irgendwas. Wir müssen die Hölle aus dieser Brücke! Das klingt nicht gut. Dann passen wir mal hier. Ja, ich habe das Tower-Hog-Ding. Äh. Okay, das ist was mit dem. Okay, doch noch nicht. Ich habe mich in der Jamm, Mann! Wir müssen uns hochpushen und deswegen machen wir das jetzt so, dass alles von Call of Duty bei uns als DLC früher ankommt und zwar um EINEN MONAT. Ja! Merk es einfach! Oh mein Gott! Da hole ich mir erstmal noch ein paar Punkte. Zack, 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 zack! Okay, die nächste Runde sollten wir dann eigentlich auch noch überleben. Das sollte kein Problem sein. Die ist ja hier auch hoffentlich demnächst vorbei. Da ist glaube ich ein Perk. Aber das wären irgendwie nicht weniger Zumbies. Ich habe eine Idee. Schade, die Klemus haben wir mehr durchgezogen. Lag vielleicht aber auch daran, dass ich in der Zeit immer Runde 22 oder so war. Apropos, ähm, was mich mal interessieren würde, ist, äh, wie weit ihr das, also was euer Rekord auf der Map war. Falls, äh, auch nur eine antwortet, bin ich glücklich. Weil, ich meine, André und ich, wir haben ja jetzt nicht, äh, so viele Abonnenten. Aber es ist doch schon Anfang, ich meine, für so wenig Videos, wie wir bisher haben, da freuen wir uns. Wir freuen uns generell natürlich über jeden einzelnen Abonnenten, den wir kriegen können. Das klingt nicht gut. Ich habe ihn, einfach wie er ist, so viele Abonnenten. Könnt mich mal alle kreuzweise. Ich mache euch alle fertig. Generell das, äh, DLC-Mappack, das neue, was jetzt rauskam, finde ich richtig nice. Und die Map ist einfach nur hypergeil. Okay, viele von euch, äh, werden denken, dass die Map viel zu verwinkelt ist und man gar nichts machen kann. Aber, dann muss man halt einen anderen Weg finden. Und das ist echt nicht schwer. Man kommt eigentlich, klar, hier irgendwie, zum Beispiel hier. Das ist zwar schwer, weil verdammt viele Zombies aus absolut jeder Seite kommt. Aber es ist trotzdem immerhin noch möglich. Die sterben anscheinend generell nicht mehr so gerne. Ja, wie gesagt, äh, sorry wegen der schlechten Quali. Ich versuche jetzt, äh, noch demnächst so schnell wie möglich, äh, ein komplettes Let's Play von der Map zu bringen. Also, von Anfang bis zum Ende. Jetzt ist ja einfach von Ende bis zum Ende. Deswegen wird das... Also, vielleicht dauert das jetzt trotzdem noch 3 Stunden und ich komme bis rund 5 Milliarden. Was ich sehr bezweifle. Ich schätze mal, ich komme bis rund 35 maximal. Aber, ich bin noch kein Mal down gegangen. Ich finde das richtig krass. Äh, ihr würdet theoretisch nachgucken können. Äh, welches Level jetzt maximal, welcher Rang und so ich bin. Leider, äh, ist mein Internet so geil, dass ich eigentlich nur immer offline spielen darf. Weil sonst, äh, das ist mir letztens erst passiert mit Andre bei DieRise. Haben wir gezockt. Sind richtig gut vorangekommen. Waren zwar niedriges Level, aber wir hatten schon richtig geile Sachen. Ah, hier die AN-94 gepuncht. Mit, äh, mega geilen Extras. Was passiert? Wir gehen nicht down. Sondern mein Internet kratzt ab. Und er sagt mir, ja, geht nicht. Äh, Internet ist tot. Dann dachte ich mir auch, hm, geil. Und jetzt denke ich mir auch, hm, ich brauche eine andere Waffe. Aber ich habe so das Befürchten, dass der nicht so lange überlebt. Wir sehen euch alle. Und jetzt. Okay, jetzt. Kommt alles drauf an. Runde 25 sind wir. Ach, 35 sind wir dann auf jeden Fall. Schnell. Reviven. Ich bin ja ein Deutscher, ich muss das korrekt, korrekt aussprechen. Jupp, Runde 35, ich bin tot. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Oh, tut, 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 tut. So was von so... Junge. Du so was von so... Junge. Komm schon... Oh mein Gott, 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 ach du Scheiße, Scheiße, Alter, dann verpisst euch doch mal. Es ist Zeit, zu gehen. Du musst dich über registrieren. Oh, f***. Strength in Nummern ist alles, was du hast, Kali. Er kann dich mal hier alle raus verpissen. Okay, kann schon. Kann schon, kann schon, kann schon. No Scheiße. Was noch der Dicke? Meint ihr? Oh Gott, der macht damage. Der macht damage, Junge. Das ist ja unglaublich. Äh, ich würde sagen, wir hauen einfach mit der Scheißkondel ab. Okay, jetzt sind wir in engen Räumen. Yippie. Was, ich wollte das hier gar nicht. Ach, ist das hier auch... Kacke. Wer f*** der Scheiße? Ich habe auch keinen Plan mehr, was ich generell jetzt machen kann hier. Ich versuche hier irgendwie klar zu kommen. Doch, ich habe eine Idee, was ich machen kann. Mit viel Glück funktioniert das. Mit ganz viel Glück funktioniert das. Ich weiß auch gar nicht, wie zum Tor, wie ich das anstellen soll. Jep. Was zum... Tja. Ja, Runde 35. 2.200... 2 Millionen. Ach, ich habe 1.703 Zombies getetet. Alles klar. Das war es von mir aus. Bis zum nächsten Mal, wo ich es richtig letzt beendet werde. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.